Ja, in meinem Land habt ihr auch viel Unai-Land gerichtet. Ihr richtet überall Unai-Land. Erzählt aber an den Leuten, was ihr wollt. Ihr wollt groß, diese tiefguten Terroristen. Terrorist tut sich, ihr habt keinen Respekt von ihr verdient. Gar nicht, gar nicht. So, jetzt könnt ihr eure Scheißhahne einfach und abhauen, sonst könnt ihr gar nicht abhauen. Ja, und das wird euch noch zu wählen, in einem Ding steht, was mit euch passiert ist. Da steht, kein Stein wird euch verspägt, kein Baum wird euch verspägt. Alles, was ihr haben könnt, der wird verspägt. Und das wisst ihr, das wisst ihr und deswegen habt ihr Angst. Und deswegen habt ihr alles nur verhindert, seid Terroristen, seid Terroristen. Ihr seid gar nichts, ja, gar nichts. Jetzt, ihr könnt ihr wahnsinnig sein. Na, aber ansonsten macht ihr immer auf Rutschein, eigentlich. Ja, Terroristen seid hier, ansonsten seid ihr gar nicht. Ich geb mein Perso ab, ich geb alles ab. Ich schwirr, ich geb auch ganz nach der Frieden. Hier seid Terroristen, ihr habt ihr ein Paar in euch geschaffen. Die Farbe ist super, hier. In der Nacht, sie kommt hier, heute. In der Nacht. Es ist keine Verteidigung. Es gibt den Leuten die Waffen. Ja, ja, ja. In dieser Flyde. In dieserOnly, in dieser": Bye Ramadan! Ihr wisst ihr, Ramadan ist! wem zwar nur ab, wasschullehrôrste gel抄ogt. Jeetesterma asيل Terra, jeetester Schöten, jeetester Verduncr hari! Dergarstet wird nicht? Überall ist eure Haare. Wir sagen sein Afi Wir werden uns alle dafür in Strafe lassen, was passiert. Alles wird Strafe sein. Wir werden sehen, was passiert. Wir werden schon leben. Vielleicht in 50 Jahren, vielleicht in 20 Jahren, vielleicht aber auch in einem Jahr. Was ihr hier macht, ist nur Lieberein. Sonst ist das gar nicht. Ihr seid nur Lübner und Teuchler und Terroristen. Ihr seid schon gar nicht. Ich kenne es, um die Angekauung verspringen zu werden. Es gibt hier keine Lübner. Ihr seid Heusler und Mörder seid hier. Sonst nichts. Ihr sollt kommt und bringt da auch. Ihr seid Lügner. Immer hier irgendeinen Trick. Entweder ist es Verleugnung oder es ist Verteidigung. Gebt den Leuten mal was. Da werdet ihr schon immer was passieren. Gebt den Leuten was, dann können sie euch verteidigen. Das ist keine Verteidigung, das ist nur Mord. Mord in der Nacht. Krieg hat auch eine Ehre. Hat eine Ehre. Ihr habt keine Ehre. Ihr habt keine Ehre. Ihr habt keine Ehre. Ihr seid Abschauen von der Welt. Sonst seid ihr gar nichts. Verachtet nicht jetzt. Jetzt sollen die mich verabschauen. Ihr seid nichts. Ihr übt die Leute nicht. Ihr seid nur Döckchen, auch Döckchen. Sonst könnt ihr gar nichts. Ihr seid nur Mörder. Was kannst du dagegen sagen? Nichts. Kannst du Kopfhörer? Ich kann dir Bilder zeigen. Willst du mir sagen, dass das Kind Terrorist ist? Frieden. Ja, wo will der Frieden? Wo denn? Du weißt doch immer, was da draufsteht. Was ist Frieden für euch? Wer schreibt, wer nicht will an? Dann lasst mich behaupten. Mir ist es egal. Ihr bringt Kinder um. Ihr verdient keinen Respekt von mir. Und ihr bekommt auch keinen Respekt. Das sind kleine Kinder. Ist mir egal. Ihr seid Kindermörder. Die ganze Welt wird das erfahren. Jetzt, morgen, irgendwann. Ihr seid nur Kindermörder. Und meine Aufgabe ist es, euch hier bloßzustellen. Bayerlar, das werde ich machen, bis in die Nacht. Ihr habt hier einfach nur abzuhauen. Willst du Jüder töten? Willst du Jüder töten? Was? Willst du Jüder töten? Ich bin auch Jüder da. Nein, willst du Jüder töten? Ich töte niemanden. In meinem Glauben ist es verboten. Aber ihr habt unser Land besetzt. Das ist nicht euer Land. Das ist nicht euer Land. Ihr seid doch nur an den Trennen. Ihr seid gar nicht. Du hast gar nichts. Mit dem Geld habt ihr euch eingekauft. Eine Million seid hier gekommen. Jetzt seid ihr sieben Millionen. Ihr besetzt nur. Ihr seid Besetzer. Ja, sonst seid ihr gar nichts. Wieso gibt ihr den Leuten keine Waffen? Ich weiß nicht, dass es andere andere war. Das ist was anderes. Kindermörder. Das ist was anderes. Kindermörder, sagt ihr. Kindermörder. Schau, ihr seid. Das ist 6 Millionen Euro. 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 Einen Überreiß. Was, was, was?